Der Löwen und der Sonnenorden In einer der diesseits des Urals gelegenen Städte hatte sich das Gerücht verbreitet, daß ein persischer Würdenträger namens Rachat Chelam angekommen sei und dem Hotel Japan Wohnung genommen hätte. Dieses Gerücht machte auf die Einwohner keinen besonderen Eindruck. Man begnügte sich damit, zu wissen, daß da ein Perser da sei. Nur das Stadtoberhaupt, Stepan Ivanović Kucin, wurde nachdenklich, als er vom Syndikus des Stadtamtes von der Ankunft des Orientalen erfuhr und fragte, »Wohin reist er denn?« »Ich glaube, nach Paris oder London.« »Hm, also ein hohes Tier.« »Weiß der Kuckuck.« Als das Stadthaupt aus dem Büro nach Hause gekommen war und zu Mittag gegessen hatte, verfiel er wieder in Gedanken, und diesmal grübelte er und dachte er bis zum Abend. Die Ankunft des persischen Würdenträgers beschäftigte ihn stark. Es schien ihm, daß das Schicksal selbst ihm diesen Rachat Chelam geschickt hätte, und daß jetzt der richtige Augenblick gekommen sei, seinen sehnsüchtigen, leidenschaftlichen Wunsch zu verwirklichen. Kucin besaß nämlich zwei Medaillen, den Stanislaus-Orden dritter Klasse, das Abzeichen des Roten Kreuzes und das Abzeichen der Gesellschaftsrettung Schiffbrüchiger. Außerdem hatte er sich noch eine Berlocke anfertigen lassen, eine goldene Flinte, gekreuzt mit einer Gitarre, die er an der Uhrkette zum Knopfluch der Uniform heraushängen ließ. Von weitem sah die Berlocke etwas außergewöhnlich aus und konnte recht gut für ein Ehrenzeichen gehalten werden. Nun ist es ja bekannt, je mehr einer Orden hat, um so mehr möchte er noch welche haben, und so wünschte sich denn das Stadthaupt schon lange, den persischen Löwen- und Sonnenorden zu erhalten. Sein Wunsch war brennend und unbezwingbar. Er wußte, daß man, um diesen Orden zu bekommen, weder zu kämpfen, noch eine Wohltätigkeitsanstalt zu dotieren, noch sich im Gemeindedienste hervorzutun brauchte, sondern daß dazu nur eine günstige Gelegenheit nötig war, und jetzt schien es ihm, daß diese Gelegenheit gekommen sei. Am andern Tage, gegen Mittag, legte er sich alle seine Ehrenzeichen an, hing sich die Amtskette um den Hals und fuhr nach dem Hotel Japan. Das Schicksal begünstigte ihn. Als er das Zimmer des persischen Würdenträgers betrat, war dieser allein und nicht beschäftigt. Rahat Relam, ein riesiger Asiate mit einer langen, bekassinen Nase und hervorstehenden Augen, saß im Faes auf der Diele und kramte in seinem Koffer. »Ich bitte zu entschuldigen, wenn ich es gewagt habe, Sie zu inkommodieren,« begann Kusin lächelnd, »ich habe die Ehre, mich vorzustellen. Erblicher Ehrenbürger und Ritter hoher Orden, Stepan Ivanovich Kusin, das hiesige Stadthaupt. Ich hielt es für meine Pflicht, in ihrer werten Person so zu sagen, dem Vertreter einer befreundeten und nachbarlichen Monarchie meine Ehrerbietung zu bezeugen.« Der Perser wandte sich um und stammelte etwas in sehr schlechtem Französisch, das wie das Klappern auf einem Holzbrette klang. »Die grenzten Persiens«, fuhr Kusin in seiner vorher einstudierten Begrüßungsräte fort, »befinden sich in enger Berührung mit demjenigen unseres weiten Vaterlandes, und daher veranlassen mich gemeinsame Sympathien, ihnen so zu sagen, unsere Solidarität auszudrücken.« Der persische Würdenträger erhob sich und stammelte wieder etwas in seiner hölzernen Sprache. Kusin, der überhaupt keine fremden Sprachen kannte, schüttelte den Kopf zum Zeichen, daß er nicht verstehe. »Wie soll ich nur mit ihm sprechen?« dachte er. »Man müßte eigentlich gleich nach einem Dolmetsch schicken, aber die Sache ist etwas peinlich und läßt sich in Zeugengegenwart nicht gut abmachen. Der Dolmetsch würde es dann in der ganzen Stadt herumtragen.« Und Kusin suchte sich einige Fremdwörter ins Gedächtnis zu rufen, die er aus den Zeitungen kannte. »Ich bin das Stadthaupt«, stammelte er, »das heißt, Lord Major, Municipale, oui, comprendes?« Er wollte durch Worte oder mimisch seine soziale Stellung bezeichnen, wußte aber nicht, wie er es machen sollte.« Ein an der Wand hängender Stich mit der deutlichen Unterschrift »Die Stadt Venedig« half ihm aus seiner Verlegenheit. Er wies mit dem Finger auf die Stadt und dann auf seinen Kopf, woraus sich seiner Meinung nach die Phrase ergab »Ich bin das Stadthaupt«. Der Perser begriff nichts, lächelte aber und sagte »Gott, Monsieur, Gott«. Eine halbe Stunde später klopfte das Stadthaupt den Perser bald auf das Knie, bald auf die Schulter und sprach »Comprendes, oui, als Lord Major und Municipale biete ich Ihnen eine kleine Promenade an. Comprendes, Promenade?« Cousine wies mit seinem Finger auf Venedig und stellte mit zwei Fingern einherschreitende Beine dar. Drachat Chelam, der von den Medaillen des Stadthauptes nicht die Augen wandte und offenbarbar als vermutete, daß er die wichtigste Person der Stadt vor sich hatte, verstand das Wort »Promenade« und entblößte liebenswürdig seine Zähne. Darauf zogen beide ihre Paletots an und verließen das Zimmer. Unten, an der Türe, die zu dem Restaurant Japan führte, fiel es Cousine ein, daß es nicht übel wäre, dem Perser etwas vorzusetzen. Er blieb stehen und sagte, auf die Tische weisend »Nach russischer Sitte könnte man jetzt mal »Püree, Entricotter, Champagne usw.« »Compress?« Der Würdenträger begriff, und nach einer Weile saßen beide in einem der vornehmsten Chambres de Paris des Restaurants, tranken Champagner und aßen. »Trinken wir auf das Wohl Persiens«, sprach Cousine. »Wir Russen lieben die Perser, wenn wir auch einen verschiedenen Glauben haben, aber die gemeinsamen Interessen, die gegenseitigen Sympathien, der Fortschritt, die asiatischen Märkte, die friedliche Eroberung sozusagen. Der persische Würdenträger aß und trank mit großem Appetit. Er stach mit der Gabel nach dem geräucherten Stör und sagte, den Kopf schüttelnd, mit Begeisterung »Bud, bin!« »Schmeckt's Ihnen?« fragte erfreut das Stadthaupt. »Bin? Na, das ist schön!« Und an den Kellnergewand sagte er »Luka, sorge mal mein Bester dafür, daß zu seiner Exzellenz zwei Störer aufs Zimmer gebracht werden, aber von den Besseren!« Darauf fuhren das Stadthaupt und der Perser in eine Menagerie. Die Einwohner sahen, wie er Stepan Ivanović vom Champagner geröthet, heiter und sehr zu Frieden den Perser in den Hauptstraßen und auf den Marktplatz herumführte und ihm die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigte. Auch auf den Turm des Feuerwehrhauses führte er ihn hinauf. Unter anderem sahen die Einwohner auch, wie das Stadthaupt vor dem eisernen Tor mit dem Löwen stehen blieb und zuerst auf einen der Löwen, dann nach oben auf die Sonne und dann auf seine eigene Brust wies, dann nochmals auf die Sonne und den Löwen, während der Perser wie zum Zeichen des Einverständnisses mit dem Kopf nickte und lächelnd seine weißen Zähne zeigte. Am Abend saßen sie im Hotel London und lauschten den Hafenistinnen, wo sie aber in der Nacht waren, blieb unbekannt. Des Morgens am anderen Tage war das Stadthaupt im Stadtamt. Die Beamten hatten offenbar schon einiges erfahren und Verdacht geschöpft. Wenigstens trat der Syndikus an ihn heran und sagte mit einem spöttischen Lächeln, »Bei an den Persern gibt es so eine Sitte, wenn zu ihnen ein vornehmer Gast kommt, so müssen sie für ihn eigenhändig einen Hammel schlachten.« »Hm, hm!« Etwas später wurde dem Stadthaupt ein mit der Post gekommenes Paket überreicht. Er öffnete dasselbe und fand eine Karikatur darin. Vor Rahad Relam kniete das Stadthaupt in eigener Person und sprach mit erhobenen Händen folgende Worte zu dem Perser, »Um Russlands Freundschaft mit dem Schach zu ehren und zu achten, würd' ich am liebsten selbst mich schlachten, als Hammel, aber ach, ich bin ja nur ein Eselthier, was kann ich Hammermann dafür!« Das Stadthaupt empfand ein unangenehmes Gefühl, als saugte ihm etwas unter der Herzgrube, aber das dauerte nicht lange. Um Mittag war er schon wieder bei dem persischen Würdenträger und traktierte ihn. Dann zeigte er ihm wieder die Sehenswürdigkeiten der Stadt und führte ihn abermals vor das steinerne Tor, wo er wieder bald auf den Löwen, bald auf die Sonne, bald auf seine Brust wies. Zum Mittag speisten sie in Japan, nach dem Essen bestiegen sie wieder, beide rot und glücklich, mit Zigarren im Mund, den Feuerwehrturm. Hier wollte offenbar der Stadthaupt dem Gast ein seltenes Schauspiel darbieten und schrie von oben herab zu dem Posten, der unten auf und ab ging, »Leute, Alarm!« Aber aus dem Alarm wurde nichts, da die Feuerwehrleute gerade im Bade waren. Zu Abend speisten sie in London, nach dem Abendessen aber reiste der Perser ab. Stepan Ivanovich küßte ihn, als er ihm das Geleit gab, nach russischer Sitte dreimal und war sogar bis zu Tränen gerührt. Als der Zug sich in Bewegung setzte, rief er, »Grüßen Sie Persien von uns! Sagen Sie Ihrem Vaterland, daß wir es lieben!« Ein Jahr und vier Monate waren vergangen. Draußen war es bitterkalt, ging 35 Grad und dabei ein durchdringender Wind. Stepan Ivanovich ging auf den Straßen umher in einem auf der Brust zurückgeschlagenen Pelz und ärgerte sich, daß niemand ihm begegnete und den Löwen und Sonnenorden auf seiner Brust blitzen sah. So ging er bis zum Abend im offenen Pelz umher und fror fürchterlich. In der Nacht aber warf er sich von der einen Seite auf die andere und konnte nicht einschlafen. Sein Herz war schwer und pochte unruhig, während ihn ein inneres Feuer verzehrte. Er wollte jetzt den serbischen Takova-Orden haben. Sein Wunsch war brennend und unbezwingbar. E.A.P. Productions Herr der Kreuz Untertitelung des ZDF, 2020